Musik Servus und herzlich willkommen zur 60. Ausgabe und zur letzten Ausgabe, die ich mit hoher Wahrscheinlichkeit im Jahr 2020 aufnehme von X-Wing vs. TIE Fighter Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt in dem Jahr keine mehr aufnehmen werde Es ist gerade der 31.12. geworden, seit ungefähr drei Minuten Ja, ich werde vor allen Dingen daran denken müssen, den Nachspann dann ab dem nächsten Mal zu ändern damit das dann auf 2021 auch umswitcht Ich glaube, wir sind alle dankbar, wenn das Jahr endlich rum ist So Als erstes kommt jetzt wieder eine Videosequenz, dann kommt die nächste Mission Sir, ich habe eine positive Identifikation des Interdictor Compeller Sehr gut, sagen Sie Kampfgruppe Omikron, dass sie sich bereithalten soll Die Sensoren haben einen unbekannten Shuttle beim Verlassen des Hangars der Compeller entdeckt Fahren Sie mit der Überwachung fort Die Compeller ist unser Hauptproblem, das zuerst gelöst werden muss Schicken Sie die Kampfgruppe Omikron los Kampfgruppe Omikron kommt dem Ziel näher Sir, der Shuttle ist im Hangar der Fabrik Bereite mich aufs Entland vor Wartet mal, da ist etwas Die Sensoren können keine Überlebenden finden Alle Sturmtruppen-Transporter wurden zerstört, Sir Schnappt euch diesen Shuttle Ich will Gefangene, Commander Jawohl, Sir Okay, das wird lustig Die Sensoren können keine Überlebenden finden werden Die Sensoren können keine Überlebenden finden werden Okay. Das wird witzig, weil es ist nahezu unmöglich, die Sternzerstörer aufzuhalten. Also jedenfalls, ich bin ein paar Jägern, das einzige, was wir formulieren können. Befehl verstanden. Benutze dein Ziel zum Angriff. Ach, nö. Hier spricht vier. Benutze dein Ziel zum Angriff. Das ist ein 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 Ziel zum Angriff. Woah! Woah! Hier spricht 4. Befehl verstanden. Ignoriere das vorgegebene Ziel. Aber das ist im Wesentlichen gefährlicher als alles andere erstmal. Outsch! Outsch! So! So! Wieder 3 Teilbomber. So! 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 Okay, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, dass das gerade so funktioniert hat, aber irgendwo da vorne. Okay, das ist ja erledigt. So, das ist fertig. Ich glaube, der andere Steinzerstörer setzt seine T-Bomber nicht ein oder hat halt keine. Kann ja auch sein. An der Seite da vorne, da fliegt irgendwas. Der hat welche. Verdammt. Untertitelung des ZDF, 2020. Schande. Eine Bomber-Staffel konnte... Befehl verstanden. Benutze dein Ziel zum Antrim. Erstmal diese komische Beta-Staffel noch abknallen. Jetzt ab. Man, das hat gedauert, Jungs. Hier spricht vier. Benutze dein Ziel zum Angriff. Schande. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So eine Welle noch, so ein Hammerz. So, ich glaube, du hast es jetzt aber mal. Das muss man natürlich verhindern, dass der Sternzerstörer auf die blöde Idee kommt, in die Nähe der Fabrik zu gehen. Hier spricht Pia. Befehl verstanden. Benutze dein Ziel zum Angriff. So, ihr kümmert euch erst mal um den Jäger. Mist, ich mache das mit dem Dickschiff. So. Das ist jetzt der andere, ich weiß. So. Hier spricht Pia. Benutze dein Ziel zum Angriff. So. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, sie kriegen ihn kaputt. Hier spricht 4, benutze dein Ziel zum Angriff. Herr, bitte, bitte, bitte. Benutze dein Ziel zum anderen. Also mach ich den keinen Schaden. Achso, naja gut, ich bin im Prinzip außer Reichweite. Er fliegt irgendwie schneller als ich, kann das sein? Bericht über Fabrik. Sie wurden gehintert. Bericht über Primäres Ziel. Sie sind vermutlich zerstört. Bericht über Primäres Ziel. Sie wurden zerstört. Hier spricht vier, wenn wir verstanden. Benutze dein Ziel zum Angriff. Hier spricht vier. Befehl verstanden. Benutze dein Ziel zum Angriff. Wie sieht es eigentlich zum Teil da aus? Nicht, dass der noch drauf geht. Geht mal da hin, wo die imperialen Jäger sind. Hier spricht vier. Benutze dein Ziel zum Angriff. Geht mal da hin. Hier spricht vier. Befehl verstanden. Benutze dein Ziel zum Angriff. So. Schauen wir mal. Mehr Tempo kippt die Kürze leider nicht her. Es sei denn, ich schwäche mich an irgendeiner Stelle. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich war mir. Ich war mir. Ich habe mich an, mit dir ver trampolieren. Ich werde mich an, mit dir verraten. Du meinst weiterer. Was bin ich, mit? Das ist wirklich, mit mir? Ich werde mich an. Ich hoffe, mich an. Ich werde mich an. Ich werde mich an. Erzählig ein wenig an. Ich werde mich an. Ich werde mich an. Das möchte ich immer an. Sehr gut. Ich glaube, der muss keine Mission noch abschließen. Er ist so gut wie unterwegs. Also Rescue war zuletzt auch noch erfolgreich, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das passt, auch wenn der jetzt als leer gekennzeichnet wird. Der braucht auch bloß noch 30 Sekunden, das haben wir eh gleich. Ah, das wird die Imps jetzt aber nerven, wenn da Imps ist er weg. Müsste gleich Sieg sein, jawohl. So, das wäre geschafft. Sprengkopfnachschub. Sehr schön, eine gute Leistung. 25 Teilbombe habe ich abgeschossen und bei 6 nochmal assistiert. Wow. So. Naja, gut. Ich bedanke mich von euch sehr herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's es gut. Servus und auf Wiederschauen. Das halte ich irgendwie gerade für eine Störung. Die spielen gerade noch mal das Intro ab, kann das sein? Ähm, das ist die erste Mission wieder. Ich bin mir sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibt es spannend, macht's es gut. Servus und auf Wiederschauen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020